James Bums Das ist ein komischer Name Und wie heißt du? Ich heiße Shit Shit? Nein, Shit Achso, na dann Prost, Sit, Neujahr Ich habe zwei Haustiere Ja? Ja, zwei Goldfische Oh, wie heißen die denn? Der eine heißt Einer und der andere heißt Zwei Ja, wenn einer stirbt hab ich immer noch Zwei Ich habe ein Rätsel für dich Ja? Was ist das? Es hängt an der Wand macht Tick-Tack und stinkt nach Fisch Weiß ich nicht Eine Uhr Ja, aber eine Uhr stinkt doch nicht nach Fisch Das habe ich nur gesagt, um das ein bisschen schwieriger zu machen Das kann ja wohl nicht wahr sein Also Aber weißt du, was der Hammer ist? Nein Ein Werkzeug Wie kann man an einem einzigen Tag nur so viel Scheiße reden? Ich fang ganz früh an Also du bist vielleicht das selten dämlichste Faultier, das ich gesehen habe Wer? Du Ich Ja Nimmst du das ja Faultier zurück? Wer Du Ich Ja Nein Dann habe ich die Sache für mich erledigt Ach komm, wenn du wirklich so intelligent bist Ja Dann beweis es doch Okay Sagt dir zum Beispiel der Name Lenin etwas? Ja Opa ist voll bis zum Rand Lenin einfach an die Wand Oder Verstehst du was von Business? Na klar Man weiß, dass es beschissen ist Wenn man vom Hund gepissen ist Oder kannst du Französisch Was sagt dir der Begriff Boulevard? Bei Melken wurde dem Melker klar Dass die Kunden Bulle waren